Servus liebe Trader, wir bei TraderFox haben jetzt ein neues Projekt gestartet. Wir wollen nämlich in die nächste Generation der Silicon Valley Companies investieren und quasi nach dem Motto, all big things have small beginnings, beim nächsten Big Player dabei sein. Jeder von euch kennt Aktien wie Apple, Facebook, Netflix, Google, Tesla und wie sie nicht alle heißen. Und ihr ahnt es schon, sie haben alle eins gemeinsam. Sie kommen einerseits aus dem Silicon Valley, sie sind wahnsinnig erfolgreich und wenn man früh genug dabei gewesen wäre, hätte man ein Vermögen an der Börse machen können. Jetzt aktuell, wenn wir uns hier zum Beispiel den Chart von Apple ansehen, der ja eigentlich seit schon fast zwei Jahrzehnten nur eine Richtung kennt, wird deutlich, was hier möglich ist. Die Aktien, die ich aber gerade genannt habe, haben schon ein sehr hohes Bewertungsniveau, eine hohe Marktkapitalisierung und die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese weiterhin vervielfachen, ist entsprechend gering. Wir wollen deswegen jetzt neue aufstrebende Firmen finden, die aus dem Silicon Valley kommen, denn eins ist klar, wie ein Schweizer Uhrwerk kommen dort immer wieder neue Giganten auf den Markt, die mit neuen Produkten ihren entsprechenden Markt auch erobern können und dann zum nächsten Big Player werden. Genau auf das fokussieren wir uns nämlich, also wir suchen Aktien mit einer noch überschaubaren Marktkapitalisierung von etwa bis zu 20 Milliarden Dollar, schauen uns dann an, treffen sie den Nerv der Zeit, haben sie spannende Produkte, mit denen sie auch einen entsprechend großen Markt erobern können und wenn wir hier gute Chancen sehen, dann investieren wir auch mit einem 100.000 Euro Echtgelddepot. Jetzt gerade korrigieren die Märkte ja, das kommt uns gerade gelegen. Wir wollen nämlich erst nächste Woche mit unseren ersten Investments starten, haben auch schon erste Favoriten auf dem Schirm und erhoffen uns jetzt dadurch entsprechend auch noch etwas niedrigere Einstiegskurse. Wo könnt ihr das Ganze finden? Am besten geht ihr auf Traderfox.de, da könnt ihr auf Bestellen klicken und unter den Add-ons findet ihr dann auch die Strategiepakete, einfach hier auf Informieren klicken, dann gibt es hier unter anderem die Super-Performance-Aktien und wenn ihr schnell seid und bis zum 30.09. euer Abo abschließt, dann erhaltet ihr auch ein gratis Buch dazu, nämlich Silicon Valley Investing von Thomas Rappold. Da habt ihr dann spannende Einblicke dazu, warum gerade immer wieder aus dem Silicon Valley diese Firmen kommen und das sind dann Erkenntnisse, die euch definitiv auch bei eurem Trading und Investing helfen können. Zugriff habt ihr schon ab 29 Euro im Monat, ihr habt dann auch die Möglichkeit noch eine zweite Trading-Sektion auszuwählen, diese könnt ihr dann auch immer wieder austauschen, da gibt es schon ein ausführlicheres Anleitungsvideo zum Angebot, das verlinke ich euch mal in der Beschreibung des Videos. Ansonsten, was erwartet euch sonst noch in der Rubrik? Ich schaue einfach mal kurz mit euch rein, gehe mit euch zu den Trading-Sektionen und wenn wir hier auf Super-Performance-Aktien gehen, dann gibt es hier zum einen täglich die Aktie im Fokus, heute zum Beispiel schon über die Aktie von Pinterest, hier gab es gerade ein sehr schönes neues Long-Signal, unter anderem ist die Social-Media-Plattform auch einer unserer Favoriten aktuell für eine Depotaufnahme. Ihr habt dann immer eine Zusammenfassung, was macht die Firma, wie sieht es mit den aktuellen Zahlen aus, Chart-Technisch natürlich gibt es Signale, die einen Einstieg begründen und da werdet ihr täglich mit neun Kandidaten versorgt. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf Kandidaten aus dem Silicon Valley, haben aber natürlich auch einige weitere Titel auf der Watchlist, die ebenfalls von der Marktkapitalisierung in unser Beuteschema fallen und nicht unbedingt aus dieser Region stammen. Weiters gibt es auch hier immer Screenings, das heißt täglich einen Screening-Artikel, wo wir anhand der Kurslisten auf unserem Trading-Desk nach spannenden Breakout-Chancen suchen. Auch hier gibt es immer wieder gute Einstiegsmöglichkeiten für auch kurzfristige Trades, dann Zukunftstrends, wo wir uns Themen wie 5G, künstliche Intelligenz oder erneuerbaren Energien widmen. Auch hier immer wieder die wichtigsten Kandidaten zusammengefasst und dann auch, die dürfen nicht fehlen, die Hottest-Stocks, fünf Titel täglich, bei denen News-Impulse für Kursanstiege sorgen. Also da wisst ihr immer sofort, wo gerade die Musik spielt und wo ihr als Trader genauer hinsehen solltet. Ja, ansonsten gibt es auch wöchentlich immer am Montag ein Webinar, den Trendfolgestammtisch, wo wir uns vier Aktien etwas genauer ansehen. Dort könnt ihr auch Fragen stellen, erhaltet natürlich auch immer wieder einen umfassenden Überblick zu unseren Investmentpositionen, sobald wir die dann aufgebaut haben und findet hier unter anderem auch eine Übersicht zum Musterdepot. Wie gesagt, 100.000 Euro stehen uns jetzt gerade an Echtgeld zur Verfügung und schon nächste Woche sollen die ersten Titel aufgenommen werden. Welche 15 Kandidaten wir bereits auf der Watchlist haben, das könnt ihr euch bei einer Webinaraufzeichnung ansehen. Ich verlinke euch das Ganze einfach mal in der Beschreibung des Videos. Da habt ihr dann auch nochmal einen guten Einblick darüber, welche Firmen so in unser Beuteschema fallen. Schaut euch das Ganze am besten einfach nochmal in Ruhe an. Wie gesagt, bis zum 30.09. auch mit dem Gratis-Buch dazu. Und dann freue ich mich, wenn ihr schon bald bei den Super-Performance-Tradern dabei seid.